Halli hallo hallöchen wir spielen wieder LL-19 Landwirtschaft Simulator 2019 und zwar auf der playstation 4 auf der karte Ravenport und ich habe da noch das letzte mal angefangen hier Ballen pressen und hab dann noch ein Problem gehabt. Wollte die dann später noch verkaufen und die Ballen waren irgendwie äh, man hat sie zwar gesehen, aber sie waren total verbuggt. Also ich konnte sie nicht aufladen und jetzt mach ich das so. Habt ihr gesehen, jetzt schiebe ich den einen Ballen, den ich schon aufgeladen hab, bis zum nächsten rüber. Wenn man da einige auf dem Feld haben, sollte das eigentlich so funktionieren. So, ich habe natürlich die Mission noch gar nicht abgeschlossen. Äh, wie viele Ballen haben wir denn nachher noch? Ein. So, jetzt fahre ich da wieder zur Scheune. Fahr natürlich hier gleich mal über die Wiese. Fahr alles kaputt. Äh, gebe das noch ab. Und ja, vielleicht ist es einfacher. Man lässt das, so wie ich es gerade gemacht hab, quasi die Ladevorrichtung unten und schiebt dann bis zum nächsten rüber. Wenn man langsam fährt, geht's. Aber dann hat man auch nicht das Problem, damit es, äh, unterwegs runterfällt. Ich dachte, ich muss das gerade noch so zeigen. Damit es auch anders geht. Man muss ja immer erst mal probieren. Wir haben ja mit dieser Technik hier noch nicht gearbeitet. Und, ich glaube, das kostet auch gar nicht so viel. Wenn wir da nämlich bei Ballentechnik schauen gehen. Ähm, mal schauen. Und, Ballentechnik. Da. Da haben wir die Presse. 50.000. Und, für 2,2. 2.200 haben wir einen Schmetterling. Und, da können wir 2 Ballen mit aufladen. Eigentlich ganz easy. Weil so ein Ladewagen kostet, sag ich mal, hier zum selber aufladen. Haben wir eigentlich einen drin. Also, der kostet 26.000. Da müssen wir sie auch selber aufladen. 16.000. Oder, der ladet sie dann wirklich selber auf. Das hat auch so eine Vorrichtung. Kostet auch fast 40.000. Also, ist das eigentlich immer noch die günstige Variante. Und, je nachdem, wie weit ihr fahren müsst, ist, ist es natürlich überlegenswert, ob man jetzt so ein Schmetterling hier kauft. Und, da die Ballen, äh, zu seinen Hof bringt. Oder, ob man da, äh, was Größeres braucht. Und, äh, gleich mehrere Ballen eigentlich mitnehmen kann. Aber, das ist hier eigentlich, wenn man den Dreh raus hat, sag ich mal, noch einfach. So, wie, 80. Muss jetzt noch zwei Ballen haben, aber bloß noch einen. Oh, oh. Habe ich zu wenig gemäht. Na, das kann ja noch was werden. Das wird, äh, das wird ein teurer Spaß für mich. Ich hätte gemeint, ich habe bloß noch einballen. Und, mit einem Ballen kann ich natürlich, äh, glaube ich, die Mission gar nicht mehr abschließen. Ich glaube, ich brauche zwei. Und, mit einem Ballen kann ich nicht mehr abschließen. Also, ich versuche da mal noch einen rauszudrücken. Ein bisschen liegt ja da noch rum. Vielleicht habe ich nicht ordentlich gemäht. Vielleicht hätte ich da noch weiter nach hinten mähen müssen. Also, das da kann ich sicher noch aufsammeln. Das da vielleicht auch. Aber ich glaube, ich kriege sie nicht mehr voll. Das da kriege ich eben nicht aufgesammelt. Weil es nicht mehr auf der Wiese ist. Wie weit geht denn die Wiese? Noch schwierig zu sagen, finde ich. Gedüngt? Hm. Das da hätte ich natürlich auch gerne aufgesammelt hier. Kann ich denn nicht irgendwie einen kleineren Ballen da raus machen, ey? Nee. Okay. Ich weiß nicht, ob ich nochmal so eine Mission machen will. Bis jetzt sieht es natürlich aus, als ob ich scheitere. Weil irgendwie fehlt mir, glaube ich, noch ein Ballen. So, ich fahre den mal jetzt noch rüber. Vielleicht reicht es ja. Ansonsten muss ich dann nochmal die ganze Technik hierher holen. Und schauen, ob ich da noch irgendwie... Aber es ist ja gar kein Gras mehr. Hm. Komisch. Vielleicht reicht es ja, der eine. Stand jetzt 80% oder 90%? Ich hab gemeint 80%. So, das Schild muss da weg, wenn ich da komme. Eigentlich bin ich schon viel zu weit. Ich bin nämlich gleich auf meinem Hof. Meine Güte. Vor lauter Schilder überfahren, hab ich alles übersehen. Es fehlt einfach einer. Unglaublich. Schöne. Sache haben wir da am... Wo soll ich denn den noch hernehmen? Also, da muss ich nochmal zum Händler. Wir haben ja noch die Technik da zu stehen. Geht einfach länger mit meiner Mission. Mit einer kleinen Mission hab ich natürlich... Zwei Let's Plays quasi gefüllt. Super. Plan B. Den Transportdingens hier brauchen wir nicht mehr. Wir machen das jetzt eigentlich mit einem Frontmähwerk. Und nehmen den Zitter mit und sammeln nachher das Gras direkt. Machen wir es nicht mehr auf den Schwarz. Sammeln das mit der Ballenpresse auf. Und dann sollte das eigentlich gehen. Und die beiden Geräte kann ich jetzt eigentlich gerade mit einmal mitnehmen. So machen wir es. Super Plan. Toll überlegt. So. 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 Nochmal zum Feld. Zur Wiese. Äh. Ja. Irgendwie muss ich da noch einen Ballen pressen. Egal wie. Es muss. Aber ich kann nur das... Das Gras quasi nehmen von der Wiese selber hier. Alles andere kann ich nicht brauchen, was daneben fällt. Vielleicht ist das einfach das Problem. So. Okay. Okay. Jetzt machen wir das nämlich so. Okay. Ich kann das hier noch abmähen. Jawohl. Jawohl. Könnte vielleicht das was werden. Fahr da noch rum. So viel brauche ich auch nicht mehr. Aber ein bisschen. Okay. Vielleicht habe ich auch nicht. Da ist natürlich noch eine ganze Ecke. Vielleicht habe ich auch nicht sauber genug gearbeitet. Ja. Vielleicht darüber. Seht ihr da kommt schon ein bisschen noch zusammen. Ich weiß nicht wie weit geht es eigentlich hier nach hinten. Ich dachte das ist fertig hier. Ist natürlich schwierig zu sehen. Überall Gras ist. Weiß nicht wo fängt es an. Wo hört es auf. So. Ja. Da ist da doch einiges noch. Was ich gar nicht... Ich hätte gemeint. Ich war schon bis am Ende vom Feld. Aber da habe ich noch. Da ja die Hälfte vergessen. Ist ja kein Wunder. Damit ich da keine Ballen pressen kann. Ah. Hier ist es erst zu Ende. Ja. Was meint da reicht es schon. Könnte vielleicht schon reichen. Wir wollen kein Risiko eingehen. Wir müssen da noch weitermachen. Wir müssen da noch weitermachen. Wir müssen da. Wir müssen jetzt. Wir müssen da noch Tanen buildingsisso. Wir müssen da voyage ist. Kosti ist ein fürs S刀 hat. So, versuchen wir noch einen Ballen zu pressen, damit wir noch einen abgeben können. Sonst kann ich die Mission nicht abschließen, sonst war die ganze Arbeit für nix. Ah, das hört sich doch schon ganz anders an. Okay. Oh nein, das ist genau das, was ich letztes Mal auch hatte. Da konnte ich durchfahren, ich kann ihn nicht aufheben. Dafür muss ich wieder aus dem Spiel raus und wieder rein und dann hat das funktioniert. So, super. Na, das läuft ja gut hier. So, egal, dann fresse ich halt noch einen Ballen, wenn ich dann nochmal rausgehen muss. Dann will ich wenigstens irgendwie noch mit dem Gewinn rausgehen. So, ob da wirklich noch einer rauskommt hier in Ballen, weiß ich nicht, aber das kann ja nicht sein, damit ich den... Ich glaube, das ist auch noch ein Bug. Habe ich vorhin gehabt, konnte ich gar keinen aufnehmen, muss ich nochmal rausgehen und wieder rein. Und dann hat das wieder funktioniert. Hier ist ein Bug. ist jetzt ein bisschen mühsam weil ich keinen schwader hier haben ist sie eigentlich den schwader noch holen das alles hinlegen deswegen macht man das ja sonst fährt man sich ja da war sie wohl so aber wir haben schon 3000 wieder fast eingesammelt da könnte noch ein ballen geben wenn ich noch 1000 gras finde dann habe ich zwei da mache wenigstens noch ein bisschen gewinnen muss aber wieder aus dem spiel raus wieder rein vorher nicht vergessen zu speichern und dann sollte ich die ballen eigentlich aufladen können und mit gewinn diese mission verlassen das ist natürlich immer der plan mit gewinn verluste machen wir schon genug hier so ich muss noch ein bisschen heu finden hier da noch was da noch was da liegt noch irgendwie was rum hier ist noch was nehmen wir das noch alles mit hier das passt ja kann ich ja hier abladen so kann er jetzt durch den auch durchfahren oder wie sieht denn das aus perfekt ja wir haben keine kollision und so kann ich sie nicht aufladen ich muss das spiel verlassen werde die ballen noch verkaufen und das nächste mal gibt es eine neue mission hier ich bedanke mich macht's gut bis denn dann so